Herzlich Willkommen meine lieben Freunde, was geht? Es sind wieder für euch euer Dragon of Time Plays und euer Lazy und wir sind zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy Äh, minus zwei Jawohl, Dragon, du bist heute wieder am Drücker Und wir gehen immer noch nicht nach dem Jose Allos, wir müssen ja noch was machen, wir 100% Allos Noch ganz viel, auch noch ganz viel, ach du Scheiße Also es ist nicht so viel, aber es ist doch noch viel Nicht so viel, aber es ist viel Bei 43% sind wir aktuell Boah, das ist auch nicht mal die Hälfte, oh mein Gott Jo man Wenn man es prozentual betrachtet, dann ist das noch nicht mal die Hälfte, richtig So, Shinra möchte jetzt hier auch das Telefon anschließen Und du möchtest in eine Villa rein Jo, 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 jo Hmhm Dun, dun dun Dun, 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 dun LeBlanc, there is nothing to worry about Not even close Ja, wollte ich gerade auf. Nein, würde es definitiv nicht. Die zwei, diese zwei, die haben von uns schon so oft eins auf den Miggel bekommen. Ja, vielleicht wird sie sich freuen, wenn sie uns sieht. Ja, wahrscheinlich. Deren haben wir auch schon eine auf den Schnauzgauen mehrfach. Sie ist besiegt. Okay, Dragon, dann kannst du uns ja mal so langsam und vorsichtig mal versuchen mitzuteilen, was auf der heutigen Tagesordnung steht. Ja, je nach Zeit und Management auf jeden Fall war du Talant und das Illuminum. Hm. Hier ein paar Items einsacken und ein bisschen Background-Story bekommen. Und für ein... Ja, wie soll man das nennen? Ja, warte mal. Ja, warte mal. Wir sollen bitte zur Szene in den Raum gehen, weil sie da mit uns den anschauen wollen. Ja? Und jetzt müssen wir, um zu dem zu kommen, durchgekaufen Encounter-Stiefeln. An sich... Ja, aber... Ich bin ja billig Viecher, also. Ja, aber an sich sind wir einfach. Ne, nicht wirklich. Oh, kein Held, aber was? Ja. Oh. Haha, versteinert. Ja. Aber noch ein Mega-Potion rausgehauen. Ich glaub's nicht. Ja. So, krieg kein... Was für ein bescheidenes Timing hat der Sack gehabt, alter. Ja. So. Und das reicht schon zum Heal, ja? Ich hoffe doch. Jo. Haha. So. Ah, hier gibt's doch noch mal wieder ein Item abzusnacken. Ist ja immer die Kisse voll hier. Kannst jetzt alles nochmal oben rumlaufen? Gewaltenring, was macht der? Was macht der Gewaltenring? Der Tod ähm... Zeug absorbieren oder halbieren. Ne, ne, falls es nicht mehr. Müssen wir nochmal gucken. Aber nicht... Kein wichtiges Algen, ne? Oh. Und das ist ein wichtiges Algen, ne? Und das ist ein wichtiges Algen. Pupus verrufieren. Perfekt. Äh... Den können wir uns aber auch angucken, oder? Gewaltmöglichen. Aber die sind... Ja, da oben ist ja. Ja. Halbiert alle... Elementare Schäden. Ja. Pfff... Nein. Bis auf Gewicht und... 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 Ja, wurscht. Ähm, sag halt. Man kann doch jetzt... Diesen... Vierer Sphäer in den Populen kann man sich auch angucken, oder? Ja, auf'n Flugschiff. Ja. Machen wir das dann. Auf'n Schluckschiff. Später dann. Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt alle schon... Oh, oh, Dragon! Da ist sein Lieblingsgegner. Hehe! Können wir jetzt einen zaubern... Oh Gott, er ist haltet an zum... zum Killerreißer! Er ist haltet an! Oh oh! Seige! Oh, der überlebt das! Jaaa! Oh, ein HP! Okay, bleib! Ah, der fällt aber auch was raus. Die werden schon, die werden schon sterben worden. Dazu überlegen, vor 10 Level so, easy wären die nicht gewesen, oder? Jetzt ist es schon wieder an zu seinem Killer Blaster. Ähm, Dragon, der Killer Blaster krank jetzt. Oh, allheilmittel, nice. Oh, der Killer Blaster kommt zurück. Sehr gut. Ich hatte Simorin, dass es das Vieh hier nicht belegt. Sehr gut. Ja, besser ist es gewesen. Ich hätte es eventuell noch jemand wiederbeleben müssen. Scheiße. War das dieser Raub? Ich glaube, das war dieser Raub, oder? Nee, das war er nicht. Der nächste Encounter. Sexy. Komplett sexy. Und vor allem ist es überhaupt kein... Ja, Oversoul. Jetzt drehen wir auf hier. Vor allem ist es überhaupt kein Spielspass. Guck mal, Oversoul und One Hit. Ach nee, das andere Vieh ist nur ein Oversoul. Scheiße. Scheiße. Ja, nee, von dem brauchst du jetzt einen Fahrrad-Hit-Hit-Hit-Hit. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine nur, das wäre jetzt halt der Oversoul gewesen, ne? Oversoul und One Hit. Nee, ich glaube, das kriegst du bei keinem Spielspass. Ich denke nicht. Aber es ist wahrscheinlich so beim All-Oversoul nicht, wenn du auf dem Maximale bist. Ja, das könnte dann sein. Ja, schon. Aber... Ich glaube, zu unserem Start... Oh, das waren jetzt 5. Ja. Also... Aber er war im Oversoul, das heißt, es gibt wenigstens ein bisschen mehr Erfahrung. Nice knowing you. Ja, du kannst auch. Jawoll, 610. Also langsam werden die Beträge von den Erfahrungs-Points schon sexy. Langsam. Oh, vor allem... Ja, vor allem... Für die Viecher hast du jetzt 610 bekommen und das riesige Kilika. Hat so lange gedauert und hat ja auch nur 6 oder sowas gegeben. Ja. Ich glaube, es gibt keine Wahl. Das... Das meinte ich mit dem Geiz. Ja, ne, das stimmt. So ein langer Zeit für die paar Punkte. Ja, das stimmt. Ah, der Tod ist nicht halt mitgegangen. Heißt, jetzt haben wir das auch auf 100% gemacht. Ähm... Pain? Äh, hol mal Pain zurück. Äh... Ja, Pain ist... Ja, der hat die zweimal mit dem Stein reißen. Aber das Heilmittel kommt durch. Aha. Äh... Was? Äh... Äh... Die ist zu staub zerweilen. Ah... Was? Geil. Wie, was für geil? Was für geil! Was für geil! Was für geil! War doch geil! Oh, du Scheiße! Komm, das hätte noch schlimmer sein können! Oh mein Gott! Ja, Pain! Schön, dass du wieder da bist! Scheiße! Ja, und die müssen keine Encounter weg machen! War ja klar! Ist doch ihr zu Hause! Ja! Let's see! Hmm... This should be it! So! Wie hab ich déjà vu! Ja, das ist auch schon perfekt! Okay! Ah, das ist das Gefängnis! Da waren wir ja vorher! Aber halt! Vor ein paar Folgen! Da waren wir voll wieder! Was ist das? Der filmt ihren Arsch! Oh, Misha! Das ist nicht ich! Aha! Wo filmt der hin, der Totten? In diesem Fall haben wir Geflüge lange reichen! Äh... 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 Ja, ne? Wen nennst du Niete, du Wixer? Hm? Okay, hier stand... Ah... Sag mal, hatten wir das nicht schon gesehen? Wo? Ach so mehr! Tja, irgendwie... Hä? Hä? Das macht jetzt grad schon wenig Sinn! Was? Wo haben wir das schon mal gesehen? Ich würde sagen, in einer alten Aufnahme von dir? Wie meinst du in einer alten Aufnahme von mir? Ich meine, so in der Folge, als wir hier Bewell so ein bisschen verkackt hatten, und du, glaube ich, im nächsten Kapitel gleich nach Quadratik langgereizig hast du gelesen, dass wir das da gesehen hatten. Was überhaupt das Begner Gun-Thing ist, ist klar komisch gefährlich. Das ist ja gefährlich, dass wir auf die Sparen. Das ist ja so gefährlich! Hör mal! Ab und zuerst hier, ne? Jetzt auf 100 Prozent! Dann ab und zuerst! Aber wenn der Boss so sie weiß, und wo sie nicht mehr verraten hat, und wo er rauskommt, sich... ...kommt. Aber auch so leicht zuseinander, ja. Ja, richtig. Reiß hier hin, reiß dorthin. Ja, wo waren wir denn noch nicht? Mal nachdenken. Subbevel-Aufnahme 1, 2. Okay. Ja, aber welche haben wir uns jetzt gerade angeguckt? Beide? Ja, warte mal, da war doch noch einer. Stopp, stopp, stopp. Auf Nachtschrecken hin. Oh. Gutes Auge. Aha. Den hätte ich jetzt knallhart übersehen. Ist das eine von Bevel 2? Ich habe ja schon mal eine von Bevel 2. Ich habe ja schon mal eine von Bevel 2. Ich habe ja schon mal eine von Bevel 2. Ja Ja stimmt, jetzt ist es der alte Hä Hä, das ist ja noch gar nicht so lang her Ja, da warst du auch schon gestandener manche damals, vor 1000 Jahren, oder? Mhm Ich kann ja auch sein Geheimnis Ich kann ja auch sein Geheimnis Ja jetzt halt's Maul Quatsch von Geheimnis Bitte erzählen's Ja 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 Interessant. Interessant. Okay, Dragon, aber jetzt helfen wir mal nochmal das aufzuklären. Warum haben wir das jetzt schon mal gesehen? War das bevor wir auf 100% hingestiegen sind? Oder ist das vom Spiel tatsächlich gewollt, dass man das 2x sieht oder einmal in einer abgewandelt Situation? Aber ich glaube, das haben wir so schon mal gesehen. Tja, ich glaube, das ist in einer Folge, bevor ich dabei gewesen war. Oder als ich gerade dabei dazugekommen bin. Und wir aber noch nicht auf 100% gegangen sind, ja? Ja. Ich würde jetzt mal so grob fahrlässig behaupten. Was machst du? Was du machst? Ah, ja. Gegen die Wand laufen? Ach, na du bist doof. So, und jetzt gucken wir uns den Vierer an, ja? Genau. Ich kenne alles. Super 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 Sammlung. Grupo Speroid 4. Also wir haben jetzt schon vier von sieben oder von neun? Wir haben 1, 2, 4, 7 Ja nein stopp, das ist ja nur Pupo Report Ja der gehört dazu Achso das gehört dazu Ja dann lass mal löppen Dann lass mal löppen Dann löppen wir mal Aber wir lacken mehr detaillte Informationen Die alten Fettsack Begin Alter, komplett heftig Ja, soviel zum 4er Heftig Okay Dragon Was machen wir nächste Folge? Nächste Folge Besuchen wir das Illuminum Das besuchen wir nächste Folge Alles klar Ist ja schön Dann danke ich euch wie immer Fürs dabei sein Dir auch Dragon Immer gern Ja, möchtest du euch was sagen? Ja 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 Ja